Scheiße! Wie viele sind das denn noch? Geschafft! Was haben wir denn? Oh nein, die kommen. Thermolink, Wasserspeicher, Verpassung, Energie, Kinderbesuchstag, Wasser. Ach, das interessiert mich nicht. Ich muss erstmal den ganzen Schrott... Den nehmen wir beim nächsten Mal komplett wieder mit. Ist ja logisch. Aber ich hab so viele liegen. Oh, fuck. Ah, zu spät! Ach, dich... Nach, Mann! Okay, das wird noch richtig lustig hier. Oh, muss das jetzt jedes... Hoppala! Geschafft! Okay. Äh, dann hab ich das hinter mir. Boah, das gefällt mir gar nicht hier. Ah, sieh, 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 sieh sieh, sieh sieh die Chope. Boah, das ist ja richtig heftig gerade hier. Oh, ich kam jetzt nicht mit. Scheiß Dip-Bags. Boah, noch mehr. Ja. 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 Boah, Alter! Boah, keine Chance, wenn das so viele sind. Also ich glaube, ich muss auch mich davon verabschieden, Muni zu sparen. Seht ihr? Und dann killt der mich! Dieser scheiß Legendäre killt mich! Ich hab sie alle gekillt! Ach, dann kippt's doch nicht! Ach, dann ist das so viele Menschen ab. Woh! Entschuldigung! Jedenweilig! Oh, wir mussten mich wenden. Boah, ich kriege bei diesem Legendären einen am Apple Also ich mache jetzt noch drei Versuche Wenn ich ihn dann nicht schaffe, dann mache ich für heute wieder Pause Das geht nicht Ah, geht doch Ah, jetzt habe ich nicht hingeguckt, was ich da habe So, jetzt muss ich erstmal schauen Scharfschützengewehr Da haben wir doch einen Ziele, Bluten und der Leiden für uns zusätzlich Schaden Ich lasse das mal drin Meine Hilfsmittel, mein diverses, mein Schrott Ich habe ja gesagt, den lade ich ab Und hole den wieder Boah, das war furchtbar, was hier abging So, meine Waffen Der kommt auf die sieben Okay So, die Muni hat sich mal wieder verabschiedet Da haben wir nichts mehr von So schön gesammelt Und dann Och, ne Aber Haupt Da oben sitzen noch welche Ich speichere das erstmal Also nur, um auf Nummer sicher zu gehen Dass ich das auch behalten darf Und dann Noch ein Legendärer, willst du mich verarschen? Krieg dich Oh Na, die brauche ich jetzt nicht wirklich Das brauche ich schon eher Wieder sieben Schuss zu haben Ist für mich echt Gold wert Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht Ich kotze gleich Ich kotze gleich Was ist das? Fuck, sind das noch viele? Ach, komm. Oh, das ist doch gemein. So, letzter Versuch, um die alle hier zu knacken. Ansonsten... Aua. Aua. Ah, toll. Im Wegrennen erwischt. Okay, das gilt nicht. Dann legen wir noch einen hinterher. Für jeden, für die gesammelte Ausgabe vor, könnte ich jetzt so schnell gar nicht lesen. Oh, ich bin so feige. Das Problem ist, hat hier noch ein legendärer, noch ein legendärer hier rumschwirrt. Alter, ich hab mich doch geheilt. Oh, was ist das denn? Ja, okay. So, den hab ich mir geschnappt. Ach, ich hätte vorher mal... Oh, ich kann kotzen. Noch mehr. Oh, da knallt hier mir trotzdem eine rein. Oh, bricht mal noch den Arm. Ach, das gibt's doch nicht hier. Oh, okay. Ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. Oh, Alter Ich komme gerade kaum klar Das ist voll furchtbar Puh Ich bin so feige Ist mir gerade egal Ich bin so feige Aua Nein, 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 so eins leckt mich, jetzt habe ich keine Lust mehr Ach, Mann So So Arschlecken, Alter Mann, ey Guck mal, wenn hier noch alles liegt No, toll, bricht eine A-Klammer ab So Aber zwei legendäre, das ist so krass gemein Oh, du bist ja furchtbar Boah, nimmt ja gar kein Ende Die Tür geht gar nicht auf So, das heißt, wir haben hier unten jetzt alles abgesucht Abgeklappert Tollen Kronko Alter, heftig, 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 heftig Na, lebt ihr noch? Right away Kronko Also irgendwo liegt hier das, was wir brauchen Dann müssen wir doch zum Terminal da oben Sicherheits-Türsteuerung So Der Riegel, Tür öffnen Boah Der Rest interessiert mich gerade nicht Ich will nur noch da teilhaben und abbauen So, wer weiß, was hier noch auf mich lauert Ich wusste es, da ist noch einer Einleuchten Nein Oh, fuck, das darf nicht wahr sein Ne, keine Chance, wie soll ich den kaputt kriegen, ey Ach, du Scheiße Ich kann es nur anders versuchen Aber das erst beim nächsten Mal Schaltet wieder ein hier Dann versuchen wir das hier zu lösen Bis dahin, alles Gute Ciao 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 Vielen Dank.